Hallo, ich bin die Surat und mache eine Lehre als Gastronomiefahrfrau im Stadtcafé Föcklopo. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil der sehr abwechslungsreich ist und weil ich die neuen Gäste begrüßen und bedienen darf. Im Service habe ich viel Kundenkontakt und nehme die Bestellungen unserer Gäste auf. Ich berate die Getränke vor, bediene unsere Gäste und schaue, dass es ihnen bei uns gut geht. Am meisten gefällt mir an meiner Arbeit die vielen netten Gespräche mit unseren Gästen. Hallo, ich bin der Fabian und ich mache leeres Koch. Ich habe gewusst, dass der Beruf das Richtige für mich ist, weil ich da abends schon immer gern gekocht habe und mir das sagt, dass ich meine Ideen bei der Speisekorten mit einem Drinkkorn. In der Küche arbeiten wir täglich mit den verschiedensten frischen Lebensmitteln und man lernt, wie man die am besten zubereitet und kombiniert. Wir unterstützen uns in der Küche gegenseitig und bereiten die Gerichte vor, die dann unseren Gästen serviert werden. Wenn die unsere Lehrberufe interessieren, dann kommt zum Schnuppern vorbei, wir freuen uns auf die.